Der koreanische Automobilhersteller Kia Motors zeigt sich mit dem Kadenzer von seiner edlen Seite. Das Auto hat einen 3,5 Liter V6 Motor mit 290 PS, die dem Auto eine Höchstgeschwindigkeit von 230 kmh ermöglichen. Optisch ist der Kadenzer sehr an die KND5-Studie angelehnt und hat zusätzlich eine kleine Prise vom Design des Sorento abbekommen. Die zwei Sicken an den Seiten erinnern an den Opel Insignia und das Heck wiederum ähnelt einem Lexus. Im März 2010 kommt der Kia Kadenzer bei den Händlern in Mittelamerika, Südamerika und Asien an. Eine Einführung in Europa ist nicht geplant.